Karnacki, der Geisterdetektiv von William Hope Hodgson Gelesen von Gregor Schweitzer Eine Produktion der GM Factory Aus dem Englischen von Jürgen Martin Copyright der deutschen Übersetzung Fester Verlag, Borstorf bei Leipzig Die Tür nach drüben Ich musste nicht lange überlegen, als wieder einmal die übliche Karte Karnackis mit der Einladung zum Dinner eintraf. Ein Dinner, dem unweigerlich seine neueste Geschichte folgen würde. Pünktlich traf ich ein im Chainwalk und war doch der Letzte von uns allen, denn Arkwright, Jessop und Taylor waren vor mir gekommen. Fünf Minuten später war das Essen serviert und so waren wir fürs Erste auf angenehme Weise beschäftigt. Du warst nicht lange fort dieses Mal, bemerkte ich, als ich meine Suppe ausgelöffelt hatte. Für einen kurzen Moment hatte ich mich vergessen, wusste ich doch, dass Karnacki sich nicht gern drängen ließ und selbst Fragen ignorierte, die seine Geschichte nur am Rande berührten. Solange er die Zeit dafür nicht für gekommen hielt, war kein Wort aus ihm herauszubringen. In der Tat, erwiderte er knapp, und ich brachte das Gespräch rasch wieder auf die neue Jagdbüchse, die ich tags zuvor gekauft hatte. Er nickte zustimmend und lächelte mir zu, und es war klar, dass er meine Reaktion sehr begrüßte. Nach dem Dinner ließ er sich behaglich in seinen Lehnstuhl sinken, die Pfeife in der Hand, und kam dann ohne große Umschweife zur Sache. Wie Dodgson schon sagte, war ich diesmal nicht lange weg, und dafür gibt es eine einfache Erklärung. Es war keine weite Reise, und wenn ich euch auch nicht verraten darf, wo genau ich war, es ist nicht weiter als zwanzig Meilen von hier. Aber das und die Tatsache, dass ich den Namen des Auftraggebers ändern muss, tut der Geschichte keinen Abbruch ganz gewiss nicht. Und eine Geschichte ist das schon, das kann ich euch sagen. Es dürfte wohl mit das Außergewöhnlichste sein, was mir bei meiner Arbeit bisher begegnet ist. Es kam ein Brief, vierzehn Tage ist es her, von einem Mann, den ich einmal Anderson nennen möchte. Er bat um eine Unterredung, und als er zur vereinbarten Zeit erschien, stellte sich heraus, dass ich einen Spuk in seinem Haus untersuchen und womöglich aufklären sollte. Spuk, sagte er in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Seit langem kenne man das Phänomen, und viele Menschen könnten es bezeugen. Er beschrieb mir in allen Einzelheiten, was dabei vorging, und weil mir der Fall ziemlich ungewöhnlich vorkam, wollte ich ihn übernehmen. Zwei Tage später machte ich mich auf den Weg zu diesem Ort. Gegen Abend traf ich dort ein und fand mich vor einem alten Herrenhaus, freistehend, mit einem Garten drumherum. Anderson war nicht da, aber er hatte dem Butler einen Brief für mich hinterlassen. Er entschuldigte seine Abwesenheit und gab mir im Übrigen die Erlaubnis, nun nach Belieben in seinem Haus zu schalten und zu walten, ganz wie es meine Arbeit erforderte. Der Butler wusste offensichtlich um den Zweck meines Besuchs, und während des Abendessens, das ich allein an einer langen Tafel einnehmen musste, fragte ich ihn nach Kräften aus. Ein alter, der Familie verbundener Butler, muss man sagen, der die Geschichte des grauen Zimmers in allen Einzelheiten kannte. Und was das nächtliche Türenschlagen betraf, das Anderson kurz und knapp als ein Faktum erwähnte, so erfuhr ich von ihm einige Details mehr. So zum Beispiel, dass die Tür des grauen Zimmers, die sich mitten in der Nacht zu öffnen pflegte, um anschließend mit aller Kraft zugeschlagen zu werden, vorher und nachher stets verschlossen war, worauf der Butler sorgfältig achtete, der auch den Schlüsselbund unter Verwahrung hielt. Außerdem wurde alles Bettzeug im grauen Zimmer, wann immer das Bett bezogen war, heruntergerissen und fand sich am Morgen als Bündel in einer Ecke des Zimmers. Aber es war vor allem das Türenschlagen, was den alten Butler ängstigte. Unzählige Male schon sei aus dem Schlaf geschreckt, erzählte er mir und habe zitternd vor Furcht dargelegen, um zu lauschen, zu warten auf das nächste Mal, denn manchmal wollte es kein Ende nehmen. Immer wieder dröhnte es durch die Nacht. Wumm und Wumm, Wumm. An Schlaf war dann nicht mehr zu denken. Von Anderson wusste ich auch über die Vorgeschichte dieses Zimmers Bescheid. Hundertfünfzig Jahre war es her, dass drei Menschen dort erdrosselt worden waren. Ein Vorfahr Andersons samt Frau und Kind. Das stand zweifelsfrei fest, denn ich hatte keine Mühe gescheut, die nötigen Akten ausfindig zu machen. Offensichtlich ein echter Spuk also. Und ihr könnt euch vorstellen, mit welchen Gefühlen ich nach dem Essen die Treppe hinaufstieg, um mich in dem grauen Zimmer einmal umzuschauen. Der Butler, äh, Peters hieß er, geriet über diesem Vorhaben ganz schön außer sich. In feierlichem Ernst versicherte er mir dann, dass in den zwanzig Jahren seines Dienstes hier noch nie jemand dieses Zimmer nach Einbruch der Nacht betreten habe. Fast väterlich besorgt redete er mir zu, dass ich doch bis zum Morgen warten solle, wenn alle Gefahr vorüber sei und er selbst mich begleiten könne. Natürlich ließ ich mich nicht beirren. Er müsse sich keine Sorgen machen, sagte ich. Ich wolle ja nur einen Blick in das Zimmer werfen und vielleicht einige Siegel anbringen. Es werde nicht lange dauern, und schließlich wisse ich, womit ich es zu tun hätte. Aber darüber schüttelte er nur den Kopf. Das ist bestimmt kein Gespenst wie die anderen, Sir, versicherte er in einem Ton, der zwischen Kummer und Stolz schwankte. Und er hatte verdammt recht, wie ihr bald sehen werdet. Ich ließ mir einige Kerzen geben, und Peters mit seinem Schlüsselbund folgte mir. Er schloss besagte Tür auf, aber eintreten wollte er nicht. Es war Furcht, was ihn daran hinderte, ganz offensichtlich. Und nun beschwor er mich noch einmal, meine Untersuchungen bis zum Anbruch des neuen Tages aufzuschieben. Ich nahm ihn nicht ernst und sagte so dahin, er solle doch die Tür bewachen und einfangen, was mir möglicherweise entwischte. Es kommt nie heraus, Sir, sagte er ungerührt, und seine aufrichtige Art und der feierliche Ernst blieben nicht ohne Wirkung auf mich, sodass ich mit einem Mal den Anflug einer Gänsehaut zu verspüren meinte. Aber ich ließ ihn an der Tür stehen und machte meine Runde durch das Zimmer. Sehr geräumig die Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts, darunter ein klobiges Himmelbett, das mit dem Kopfende an die Wand gerückt war. Zwei Kerzen standen auf dem Kaminsims, und je zwei auch auf jedem der drei Tischchen, die ringsum verteilt waren. Ich zündete sie an, und diese bisher so abweisende Umgebung verwandelte sich beinahe in einen Ort für Menschen. Dabei war das Zimmer tadellos hergerichtet und frisch gelüftet. Nach der Besichtigung versiegelte ich die Fenster mit Stoffbändern, spannte sie auch an den Wänden entlang, über die Bilder, die Kaminöffnung, die Türen der Wandschränke. Und die ganze Zeit stand der Butler an der Tür und rührte sich nicht. Während der Arbeit machte ich die ein oder andere Bemerkung, neckte ihn auch, er reagierte nicht. Nur ab und an wiederholte er, fast mechanisch, denselben Satz. Sie müssen verzeihen, Sir, aber mir wäre es lieber, wenn Sie herauskommen würden. Ich mach mir große Sorgen um Sie. Ich sagte, dass er doch nicht auf mich warten müsse, aber er bestand darauf, dass es seine Pflicht sei und dass er mich hier niemals allein zurücklasse. Und ich sei doch mit Verlaub nicht in der Lage, die Gefahr richtig einzuschätzen. Mir schien, dass er sich da in etwas hineinsteigerte, aber meine Arbeit ging nun mal vor. Ich musste sicherstellen, dass niemand aus Fleisch und Blut dieses Zimmer unbemerkt betreten konnte. Also bat ich ihn, mich nur zu stören, falls er tatsächlich etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen glaube. Langsam ging er mir auf die Nerven. Oder sollte ich sagen, steckte er mich an mit seiner Furcht? Denn besonders angenehm war die Atmosphäre hier nicht. Aber ich hatte noch zu tun. Auch knapp über dem Fußboden spannte ich Bänder und versiegelte sie so sparsam, dass sie sich bei der geringsten Berührung lösen mussten. Niemand, der hier im Dunkeln ein Spielchen trieb, würde mich zum Narren halten. Das alles dauerte länger, als ich gedacht hatte, und plötzlich hörte man die Uhr elf schlagen. Meine Jacke hatte ich bei der Arbeit ausgezogen, und während ich nun ein letztes Mal alles überprüfte, ging ich hinüber zu der Sitzbank, wo ich sie abgelegt hatte. Gerade als ich danach griff, meldete sich laut und schrill vor Angst der Butler, der eine Stunde lang völlig stumm geblieben war. Ich fuhr zusammen, und im selben Augenblick sah ich auf dem Tisch links vom Bett eine Kerze erlöschen. Vielleicht war es nur ein Luftzug, aber in dieser Situation genügte es, um mich einen großen Satz in Richtung Tür machen zu lassen. Zum Glück fasste ich mich noch rechtzeitig, denn wie hätte es ausgesehen, wenn ich am Butler vorbei aus dem Zimmer gesaust wäre. Der Butler, dem ich die ganze Zeit mehr Gelassenheit und ein bisschen Mut gepredigt hatte, und das nicht ohne Herablassung. So machte ich kehrt, holte vom Kaminsims die beiden Lichter zur Vorsicht und ging hinüber zu dem Tisch. Zu sehen war nichts, gar nichts. Ich blies die noch übrige Kerze aus, machte es ebenso mit jenen auf den anderen Tischen und wandte mich zum Gehen, als sich draußen von Neuem der alte Mann hören ließ. »Oh, Sir, kommen Sie doch endlich, kommen Sie!« »Ist schon gut, Peters«, sagte ich. Meine Stimme klang keineswegs so fest, wie ich mir das gewünscht hätte, und ich musste auch an mich halten, damit ich meine Schritte nicht beschleunigte. Es war kurz vor der Tür, dass ich plötzlich einen kalten Wind zu spüren glaubte, als hätte man ein Fenster einen Spalt weit geöffnet. Aber da war ich auch schon hinausgetreten, wobei der Butler erschrocken einen Schritt zurückwich. »Lassen Sie die Kerzen nicht ausgehen, Peters«, sagte ich etwas unwirsch und gab sie ihm eilig in die Hand. Dann drehte ich mich um, packte den Knauf und schlug krachend die Tür zu. Warum hatte ich so viel Kraft aufgewendet? Mir war fast, als habe etwas von drinnen sie zurückhalten wollen. »Seist rum«, sagte ich mir, nahm den Schlüssel und drehte ihn um, zweimal. Nun war mir wohler, und ich konnte in Ruhe die Tür versiegeln, auch das Schlüsselloch, in dem ich mit dem Wachs eine Visitenkarte darüber klebte. Den Schlüssel behielte ich, und nun konnten wir uns auf den Weg nach unten machen. Der arme Peters ging voran, schweigend und sichtlich angegriffen. Erst jetzt wurde mir klar, wie sehr ich in den letzten Stunden seine Nerven strapaziert haben musste. Gegen Mitternacht ging ich zu Bett. Mein Zimmer lag am Ende desselben Korridors, in dem sich auch das graue Zimmer befand. Fünf Türen zählte ich dazwischen, vermutlich auch fünf Räume, und darüber war ich keineswegs unglücklich, das könnt ihr mir glauben. Ich wollte mich gerade auskleiden, als mir eine Idee kam. Wozu hatte ich denn mein Siegelwachs? Ich nahm es, dazu die Kerze, und machte mich auf den Weg, die fünf Türen ebenfalls zu versiegeln. Wenn in der Nacht eine Tür knallen sollte, dann wollte ich auch wissen, welche. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und ging zu Bett. Irgendwann erwachte ich aus tiefem Schlaf und meinte, ein lautes Geräusch gehört zu haben. Ich setzte mich im Bett auf und lauschte. Nichts. Ich war gerade dabei, meine Kerze anzuzünden, da kam es wieder. Wumm. Zweifellos eine Tür, und zweifellos war es hier im Korridor. Ich sprang aus dem Bett und nahm meinen Revolver. Die Tür auf, hinaus auf den Gang, und dann geschah das Merkwürdige. Nach wenigen Metern stand ich da mit der Kerze und dem Revolver in den Händen und konnte keinen Schritt weiter in Richtung des grauen Zimmers machen. Nun bin ich, wie ihr wisst, alles andere als feige. Ich habe mich oft genug Dingen dieser Art gestellt und meine Fälle erfolgreich gelöst. Aber in diesem Augenblick hatte aller Mut mich verlassen. Ich kniff ganz einfach wie ein kleiner Junge, der sich zu weit vorgewagt hat. Und da lag auch wirklich etwas in der Luft, man spürte es deutlich, das nur Unheil verkündete. Dicke Luft sozusagen, einer ganz bestimmten Art. Und so schlich ich zurück in mein Zimmer und vergaß auch nicht, die Tür zu verriegeln. Die ganze Nacht saß ich auf der Bettkante und hörte mir dieses entsetzliche, unaufhörliche Türenschlagen an. Im ganzen Haus halte es wieder. Schließlich kam der Morgen. Ich wusch mich, kleidete mich an. Seit einer Stunde war nichts mehr zu hören gewesen, und das ließ mich jenen Anflug von Furcht oder besser Feigheit überwinden, auch wenn ich mich seiner schämte. Das ist natürlich töricht, denn angesichts unermesslicher Gefahren sind das doch gesunde Reaktionen. Und auch wer seinen Mut oft genug bewiesen hat, ist dagegen nicht gefeit. Man sitzt da und schimpft sich einen Feigling und kann doch nichts anderes tun, als den neuen Tag abzuwarten. Vielleicht gibt es aber einen tieferen Grund, denke ich manchmal. Vielleicht sind die Angst und die Lähmung, die sie verursacht, eine Warnung, ein instinktiver Schutzmechanismus oder aber Zeichen eines höheren Eingreifens, das uns vor den bösen Mächten bewahren soll. Aber wie dem auch sei, man fühlt sich einfach mies am Morgen danach. Als es hell genug war, öffnete ich meine Tür und ging leise den Gang entlang, den Revolver in der Hand. Der Weg zum grauen Zimmer führte an der Treppe vorbei. Und wen sah ich da heraufkommen, eine dampfende Tasse Kaffee auf dem Tablett? Den Butler, der nur rasch das Nachthemd in die Hose gestopft hatte und noch seine Pantoffeln trug. »Hallo, Peters«, rief ich erfreut, und ein im Wald verirrtes Kind hätte nicht glücklicher darüber sein können, endlich wieder einem menschlichen Wesen zu begegnen. »Mh, wie das duftet! Was haben Sie damit vor?« Er zuckte zusammen, dass die Tasse überschwappte. Dann sah er mich an. Ziemlich blass erschien er mir, und als er jetzt die letzten Stufen nahm, erkannte man, wie übernächtigt und erschöpft er war. Er reichte mir das kleine Tablett. »Ich bin sehr froh, Sie wohl aufzusehen«, sagte er. »Ich fürchtete schon, Sie würden wieder in das graue Zimmer gehen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht wegen der Tür. Als es hell wurde, dachte ich, Sie könnten einen Kaffee gebrauchen, und außerdem wollen Sie bestimmt die Siegel prüfen, und das ist zu zweit doch sicherer, Sir.« »Peters, Sie sind ein Prachtkerl. Das ist die beste Idee seit langem, und ich nahm die Tasse und trank.« »Kommen Sie«, sagte ich dann, während ich ihm das Tablett zurückgab. »Wir wollen uns einmal ansehen, was diese Biester so getrieben haben. In der Nacht habe ich mich einfach nicht getraut. Ich bin sehr froh darüber, Sir. Unser Eins aus Fleisch und Blut ist gegen Dämonen machtlos, und genau die sind hier am Werk, sobald es dunkel ist.« Auf dem Weg durch den Korridor überprüfte ich eine Tür nach der anderen. Die Siegel waren alle intakt, mit Ausnahme desjenigen am grauen Zimmer. Die über das Schlüsselloch geklebte Visitenkarte war jedoch unberührt. Ich riss sie herunter, schloss auf und trat ein, zögernd und vorsichtig natürlich. Aber im ganzen Zimmer war nichts, vor dem man sich hätte fürchten müssen, noch dazu in dem strahlend hellen Tageslicht, das durch die Fenster drang. Siegel um Siegel prüfte ich. Kein einziges war erbrochen. Peters, der mir gefolgt war, sagte plötzlich, »Das Bettzeug, Sir!« Natürlich, es war weg. Warum war es mir nicht gleich aufgefallen? Ich lief zum Bett, sah mich kurz suchend um, und tatsächlich, da in der Ecke links vom Bett lag das zusammengeknüllte Bündel. Himmel, das war vielleicht ein Gefühl, kann ich euch sagen. Es war tatsächlich jemand hier gewesen, hier in diesem Zimmer. Eine ganze Weile stand ich steif und starr, sah abwechselnd das Bett und das Bündel in der Ecke an und hatte nicht die geringste Lust, das eine oder andere auch nur anzurühren. Peters nahm es mehr von der praktischen Seite. Er ging zu der Ecke, um das Bündel aufzusammeln, wie er es offensichtlich an jedem Morgen schon seit zwanzig Jahren tat, aber ich hielt ihn auf. Nichts sollte hier verändert oder auch nur berührt werden, bevor ich nicht alles genauestens untersucht hatte. So verging etwa eine Stunde, bis Peters das Bett beziehen durfte. Endlich waren wir wieder draußen, und bestimmt habe ich hörbar aufgeatmet, als ich den Schlüssel umdrehte. Dieses Zimmer war kein angenehmer Ort. Ich machte mich auf zu einem kurzen Spaziergang, frühstückte und war, wenn man so sagen darf, bald wieder der Alte. Noch einmal ging es in das graue Zimmer, und mit Peters Hilfe und der eines Hausmädchens räumten wir es leer, bis auf das Bett. Selbst die Bilder ließ ich abhängen. Ich untersuchte die Wände, den Fußboden und die Decke mit Sonde, Hammer und Lupe, ohne etwas Ungewöhnliches zu finden, und langsam dämmerte mir, dass es in diesem Zimmer wohl tatsächlich nicht geheuer war. Ich brachte überall neue Siegel an, und als ich hinter mir abgeschlossen hatte, versiegelte ich auch die Tür. Nun war es an der Zeit, einiges von meiner Ausrüstung auszupacken, und Peters half mir dabei. Nach dem Dinner trugen wir meine Kamera den Korridor entlang vor die Tür des grauen Zimmers und bauten sie genau gegenüber auf. Den Auslöser des Blitzlichts verband ich über eine dünne Schnur mit der Tür. Sollte in der Nacht geöffnet werden, dann würde beim Aufleuchten des Blitzes etwas auf die Fotoplatte gebannt werden, das vielleicht nie zuvor Menschen Augen gesehen hatten. Bevor ich dann zu Bett ging, musste ich nur noch die Linsenkappe abnehmen, und die Kamera war bereit. Es war noch früh, als ich mich schlafen legte, denn um Mitternacht wollte ich wieder auf den Beinen sein und draußen auf dem Korridor Wache halten. Zur Sicherheit stellte ich meinen Wecker, die Kerze neben dem Bett ließ ich brennen. Pünktlich wurde ich geweckt. Ich stand auf, schlüpfte in Morgenrock und Pantoffeln und steckte meinen Revolver in die Tasche. Ich öffnete die Tür, zündete dann meine Dunkelkammerleuchte an und zog die Streuscheibe heraus, um mehr Licht zu haben. So gewappnet ging ich los, zehn Schritte weit, und stellte die Leuchte auf dem Boden ab. Sie sollte mir mit ihrem dämmerigen Rotlicht alles anzeigen, was etwa vom fernen dunklen Ende des Ganges herankam. Dann kehrte ich um und kauerte mich vor die Tür meines Zimmers. So saß ich da, den Revolver in der Hand, und stierte in die Dunkelheit hinein, dorthin, wo vor dem grauen Zimmer meine Kamera aufgebaut war. Anderthalb Stunden hatte ich so Wache gehalten, als ich weit vorn im Korridor ein schwaches Geräusch zu hören glaubte. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, als streiche ein leichter Luftzug über meinen Kopf, und meine Hände begannen zu schwitzen. Aber dann kam schon das grelle Aufleuchten des Magnesiumblitzes, gefolgt von umso tieferer Dunkelheit. Ich spähte in die Nacht, lauschte, wollte wissen, was dort vorn geschah, wo der schwache Schimmer der Rotlichtlampe nicht hinreichte, der so kurz nach dem Blitzlicht nur noch kläglich wirkte. Und wie ich da vorgebeugt saß, alle Sinne angespannt, die Ohren gespitzt, damit mir nicht das Geringste entging, da kam dieser Knall, als die Tür zugeschlagen wurde. Dröhnend ging er durch das ganze Haus, kehrte als vielfaches Echo wieder. Es war grauenhaft, markerschütternd, ohrenbetäubend, was immer ihr wollt. Meine Knie wurden weich wie Butter, und dann kam es wieder, wumm, wumm, und so weiter. Doch war die Stille, nachdem es endlich aufgehört hatte, noch erschreckender, denn ich stellte mir vor, wie irgendein furchtbares Ding heimlich und verstohlen durch das Dunkel herankam. Plötzlich erlosch die Lampe, und ich konnte nicht einmal mehr die Hand vor Augen sehen. Und jetzt endlich begriff ich, dass ich etwas unglaublich Dummes und Leichtsinniges tat. Hier vor der Tür zu sitzen und zu warten hieß doch, allen erdenklichen Gefahren unmittelbar ausgesetzt zu sein, und ich sprang auf. Noch in der Bewegung schien es mir, als wären da ein Geräusch und ein Luftzug, in nächster Nähe schon. Mit einem Satz war ich im Zimmer, schlug die Tür zu, drehte den Schlüssel. Ich saß auf dem Bett und starrte auf die Tür. Noch immer hatte ich den Revolver in der Hand, aber etwas Unnützeres als ihn gab es in meiner Lage gar nicht. Das wusste ich, fragt mich nicht warum. Ich wusste, dass da draußen etwas war, und auch, dass es wie eine weiche, nachgiebige Masse den ganzen Rahmen ausfüllte und sich gegen die Tür presste. Noch heute frage ich mich, was in diesem Augenblick in mir vorging, und wie ich diese Art von Wissen einzuordnen habe, das ich nicht einfach als eine von Angst geleitete Fantasie abtun mag. Endlich fand ich so weit wieder zu mir selbst, dass ich das Nichtliegende tun konnte, und zeichnete mit Kreide ein Pentagramm auf den Fußboden, so gut ich es in der Eile zuwege brachte. Darin saß ich dann bis zum Morgengrauen, und die ganze Zeit über ging es weiter mit dem Türenschlagen, wumm, wumm, mit wohlberechneten, wie auf größtmögliche Wirkung bedachten Pausen. Es war eine schlimme Nacht, eine Nacht, die einen Menschen vernichten kann. Sobald sich das erste Licht zeigte, wurden die Pausen länger, und nachdem ich eine ganze Weile nichts mehr gehört hatte, nahm ich allen Mut, das heißt den kümmerlichen Rest, zusammen und schlich den dämmerigen Korridor entlang. Ich musste die Kameralinse abdecken, bevor es richtig hell wurde, wenn die Aufnahme nicht verderben sollte, und sehen wollte ich dieses Foto um jeden Preis. Rasch hatte ich die Kappe über die Linse gesteckt und war auch schon in mein Zimmer zurückgekehrt, wohlbehalten. Nun konnte ich das Pentagramm auf dem Boden wegwischen. Eine halbe Stunde später klopfte es an die Tür. Es war Peters mit dem Kaffee. Ich trank, und wieder gingen wir gemeinsam zum grauen Zimmer hinüber. Wieder kontrollierte ich die Siegel an den Türen, und alle waren sie unversehrt, bis auf jenes am grauen Zimmer eben. Auch die Schnur, die das Blitzlicht ausgelöst hatte, war zerrissen, aber die über das Schlüsselloch geklebte Karte war noch da, wie am Vortag. Ich zog sie ab, dass das Wachs zerkrümelte, und öffnete die Tür. Nichts war verändert, abgesehen vom Bettzeug. Wieder war es heruntergerissen und zusammengeknüllt in dieselbe Ecke links vom Bett geschleudert worden. Und es war beängstigend, feststellen zu müssen, dass keines der Siegel im ganzen Zimmer erbrochen war. Ich drehte mich zu Peters um und sah ihn nur an. Er nickte. Lassen Sie uns von hier verschwinden, sagte ich. Das ist kein Ort für Menschen. Zumindest nicht ohne die nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Als wir draußen waren und abgeschlossen hatten, brachte ich neue Siegel an. Nach dem Frühstück ging ich daran, das Foto zu entwickeln. Es zeigte die Tür des grauen Zimmers, halb geöffnet. Das war alles. Danach verließ ich das Haus, um einige Besorgungen zu machen. Es gab da gewisse Dinge, die ich brauchte, gewisse Gerätschaften, die teils überlebensnotwendig sein mochten, teils auch nur der Beruhigung dienten. Meine Absicht war nämlich, die kommende Nacht im grauen Zimmer zu verbringen. Gegen halb sechs kehrte ich zurück, beladen mit einem Berg von Utensilien, weshalb ich eine Droschke hatte nehmen müssen. Mit Peters zusammen trug ich die Sachen hinauf ins graue Zimmer, wo wir sie auf dem Fußboden stapelten, doch nicht irgendwo, sondern genau in der Mitte des Zimmers. Schließlich war alles versammelt, einschließlich der Katze, die ich gekauft hatte, und ich verschloss und versiegelte die Tür und zog mich in mein Zimmer zurück. Peters hatte ich gesagt, dass ich heute nicht zum Dinner käme. Wie es beliebt, Sir, hatte er geantwortet und war nach unten gegangen. Er glaubte wohl, und genau das sollte er glauben, dass ich früh schlafen gehen wollte. Sicher hätte er sich zu Tode geängstigt, wenn er von meinem Vorhaben gewusst hätte. Aber ich holte nur Kamera und Blitzlicht und war auch schon zurück im grauen Zimmer, denn ich hatte noch eine Menge zu erledigen, bevor es dunkel wurde. Ich schloss mich ein und versiegelte die Tür von innen diesmal. Zuerst entfernte ich, was ich an Bändern über den Fußboden gespannt hatte. Dann nahm ich den Korb mit der Katze und stellte ihn neben der Tür an die Wand. Zurück in der Mitte des Zimmers maß ich einen Kreis von etwa sechs Metern Durchmesser ab, den ich mit einem Büschel Isop ausfegte. Drumherum zog ich mit Kreide eine Linie, sorgfältig darauf achtend, dass ich niemals auch nur den kleinsten Schritt darüber hinaus machte. Auf der Außenseite umgab ich den Kreidekreis, in dem ich eine ordentliche Handvoll Knoblauchzehen über den Boden rieb mit einer breiten, stark duftenden Spur. Dann gab es noch jenen kleinen Krug mit Wasser, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hatte. Ich rieß die Banderolle ab, zog den Stopfen heraus, tauchte wohlgemerkt den linken Zeigefinger ein und malte so, indem ich ihn immer wieder benetzte, an der Innenseite des Kreises das zweite Zeichen des Sama-Rituals auf den Boden, eines nach dem anderen, und jeweils gefolgt von der nach links gewandten Sichel des zunehmenden Mondes. Ich kann euch sagen, dass ich mich sehr viel besser fühlte, als ich endlich auch diesen Wasserkreis vollendet hatte. Meinen schier unerschöpflichen Vorräten entnahm ich dann einige Kerzen, die ich anzündete und Stück für Stück in die Öffnung jeder einzelnen Mondsichel stellte. Danach zeichnete ich ein Pentagramm auf den Boden, dessen fünf Zacken genau in den Kreidekreis eingepasst waren. In jede Zacke legte ich ein Stückchen Brot, ein ganz bestimmtes Brot, das in Leinen eingewickelt war. In die fünf Winkel zwischen den Zacken stellte ich je einen geöffneten Krug mit jenem besonderen Wasser. Damit hatte ich um mich herum eine erste, meist schon ausreichende Barriere aufgebaut. Nun muss jedermann, dem man dergleichen berichtet und der mich nicht besser kennt, mich für einen abergläubischen, jedem Hokuspokus zugeneigten Wirrkopf halten. Ihr wisst aber von jenem Vorfall damals in Wales, bei dem ich einen ganz ähnlichen Schutzkreis verwendet habe, für den Mr. Aesner nur Spott übrig hatte. Nicht einmal betreten wollte er ihn, und am Ende war er tot, während ich im Zentrum des Pentagramms überlebt habe, wie man sieht. Zum ersten Mal erwähnt wird dieser Schutzkreis im Siegssand-Manuskript, das vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. Ein typisches Zeugnis eines verstaubten, längst überwundernden Aberglaubens, so dachte ich zuerst, und es dauerte eine geraume Zeit, bis ich überhaupt auf die Idee kam, es einmal damit zu versuchen. Und das tat ich genau zur rechten Zeit dort in Wales, mit bekanntem Ausgang. Von da an verließ ich mich bei meiner Arbeit auf diesen Schutz. Doch weil alles Menschenwerk unvollkommen ist, musste ich eines Tages erleben, dass er versagte. Und überlebt habe ich dabei nur knapp. Das war in dieser Seidenstrumpfsache, und in der Folge habe ich herausgefunden, dass unter bestimmten Umständen die Kraft des Kreises nicht ausreicht und ergänzt werden muss. Da kam mir das Werk Professor Garders, Experimente mit einem Medium, sehr gelegen, in dem er sich auch mit dem Einfluss von Vakuumröhrchen beschäftigt. Umgibt man das Medium ringsum mit Röhren, die ein elektrisches Feld bestimmter Frequenz erzeugen, dann verliert es völlig die Orientierung, so als ob es von der geistigen Welt ganz und gar abgeschnitten wäre. So kam ich schließlich auf das elektrische Pentagramm, ein wirklich hervorragender Schutz, der seine Wirkung auch da bewiesen hat, wo mein ursprünglicher Schutzkreis nach allem, was ich weiß, nicht hätte helfen können. Die Vakuumröhren, angeordnet in Form eines Pentagramms, mussten doch die Kraft dieses alten magischen Zeichens steigern, zu dem ich immer schon großes Vertrauen hatte. Klingt für einen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts ziemlich verrückt, nicht wahr? Aber ihr wisst ja, dass ich nicht einfach die Nase rümpfe über noch so seltsame Ideen, sondern mir lieber selbst ein Urteil bilde. Ich bin da, um Fragen zu stellen und meine Augen offen zu halten. Was nun das graue Zimmer betrifft, so war ich mir sicher, dass ich es mit einem ziemlich üblen Gesellen aus einer Welt jenseits der unseren zu tun hatte und ich wollte jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme treffen. Ich machte mich also daran, das elektrische Pentagramm zu installieren. Die Aufstellung der Röhren folgte, wie gesagt, genau dem Umriss des aufgemalten Zeichens. Ich schloss die Batterie an und im nächsten Augenblick leuchtete das zickzack miteinander verbundener Vakuumröhren auf in blassblauem Licht. Ich blickte mich um, prüfte mein Werk mit einem kleinen Seufzer der Erleichterung und bemerkte nun, dass die Dämmerung schon weit fortgeschritten war. Unangenehm war dieses Grau vor dem Fenster und ich saß allein in diesem großen, leeren Zimmer und was immer mir beim Blick über die doppelte Barriere aus Kerzen und elektrischem Licht hinweg ins Auge fiel, verstärkte das Gefühl von Verlassenheit. Aber es war nicht nur das. Etwas Fremdartiges, Unmenschliches schien sich anzukündigen, wartete nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. So schien es mir und dazu kam noch der Gestank des zerriebenen Knoblauchs, den ich schon immer verabscheut habe. Ich wandte mich meiner Kamera zu, sie war bereit, ebenso das Blitzlicht. Ich ließ die Trommel des Revolvers schnurren, prüfte die Mechanik und lud ihn dann, doch glaubte ich nicht ernsthaft daran, ihn benutzen zu müssen. Immerhin, man kann nie vorhersagen, zu welchem Grad ein übernatürliches Wesen sich materialisieren kann, wenn die Umstände günstig sind. Und ich wusste ja so gut wie nichts über dieses fürchterliche Ding, das mir vielleicht gegenübertreten würde. Vielleicht würde ich mich am Ende eines ganz handfesten Wesens zu erwehren haben, also musste ich darauf vorbereitet sein. Nicht einen Augenblick vergaß ich, dass drei Menschen in dem Bett hier erwürgt worden waren, und noch immer klang mir das fürchterliche Türenschlagen in den Ohren. Zweifellos war diese Sache gefährlich und auf jede denkbare Weise sehr unerfreulich. Inzwischen war es Nacht geworden. So hell das Licht der vielen Kerzen auch strahlte, ein Mittel gegen die zunehmende Unruhe und Nervosität war es nicht. Immer wieder blickte ich über die Schulter, dann wieder nach vorn und zu den Seiten. Unablässig musste ich meine Umgebung kontrollieren. Es ist schon nervenaufreibend, einfach nur da zu sitzen und auf ein solches Ding zu warten. Plötzlich glaubte ich, einen kalten Luftzug zu spüren. Von hinten kam er. Ein kleiner Schock war das schon. Heiß prickelnd lief es mir über den Rücken. Mit einem Ruck drehte ich mich um, eine recht steife und unsichere Bewegung, und sah nun genau in die Richtung, aus der die kalte Brise kam. Es war die Ecke links vom Bett, jene Ecke, wo sich stets das Bündel mit dem Bettzeug befand. Zu sehen war nichts, keinerlei Öffnung, durch die die Luft strömen konnte. Nichts. Erst jetzt bemerkte ich, dass die seltsame Brise alle Kerzen zum Flackern brachte. Ich hockte einfach da, vor Angst steif wie ein Stück Holz, und wartete einige Minuten lang unfähig, irgendetwas zu tun. Nie im Leben werde ich beschreiben können, welchen Schrecken ich in diesem bösen, kalten Wind empfand. Und nun erlosch die erste Kerze, und die nächste, und so weiter, und ich saß da, war gefangen in diesem Zimmer mit nicht mehr Licht als dem schwächlichen blauen Schimmer des elektrischen Pentagramms. Quälend langsam verging die Zeit, eine Zeit entsetzlicher Anspannung, und beständig blies die kalte Brise, bis mir bewusst wurde, dass etwas sich rührte dort in der linken Ecke. Ja, bewusst, ohne dass ich hätte sagen können, welcher meine Sinne etwas wahrgenommen hätte, denn ein Laut war sicherlich nicht zu hören, und das blasse Licht der Röhren reichte nicht bis dort hinüber. Doch als ich meine Augen nun anstrengte, erkannte ich in dem Dämmerlicht nach und nach einen Schatten. Undeutlich und nur eine Spur dunkler als die Umgebung. Aber er bewegte sich. Doch verlor er sich schon im nächsten Augenblick wieder in der Dunkelheit. Wo war er nur? Woher drohte die Gefahr? Ängstlich sah ich mich um, warf den Kopf hin und her, das mir fast schwindelte. Aber jetzt bewegte sich etwas auf dem Bett, das Bettzeug. Ganz sachte auf eine verstohlene und darum umso widerwärtigere Weise schob es sich zusammen, schlug Falten. Ich hörte das dumpfe Rascheln von Stoff, aber niemand war zu sehen. Heiß und kalt lief es mir jetzt den Rücken hinunter. Meine Haare sträubten sich, und doch war ich innerlich viel ruhiger als noch Minuten zuvor. Und so bemerkte ich auch, dass meine Hände schwitzten und nahm den Revolver in die andere Hand, um die Rechte an meinem Hosenbein trocken zu reiben. Doch ließ ich das Bettzeug dabei keine Sekunde aus den Augen. Schließlich war das Rascheln verstummt und wich einer übermächtigen Stille mit dem Dröhnen des Pulsschlags in meinen Ohren als einzigem Geräusch. Aber schon kam es wieder, und mir fiel endlich meine Kamera ein. Ohne den Blick vom Bett abzuwenden, griff ich nach ihr, und im selben Augenblick wurde das Bettzeug mit unglaublicher Kraft davongeschleudert und landete mit dumpfem Wupp in der linken Ecke. Eine Weile blieb es absolut still, und das sind bekanntlich die schlimmsten Momente. Wenn man bedachte, welche Wucht in diesem fliegenden Stoffbündel steckte, mit welcher abscheulichen Wut und Rohheit hier ans Werk gegangen wurde, dazu von etwas Unsichtbarem. Plötzlich kam von der Tür her ein schwaches Geräusch, ein leises Knistern vielleicht, gefolgt von einem kaum hörbaren Tapp auf dem Fußboden, ein-zweimal. Ein Schauder so scharf und schnell wie ein Blitz durchfuhr mich, als mir klar wurde, dass das Siegel an der Tür erbrochen worden war. Da war etwas. Sehen konnte ich die Tür kaum, zumindest hätte ich nicht mit Sicherheit sagen können, was ich wirklich sah, und was zu sehen ich mir nur einbildete. Alles dort drüben ging unter in dem, was mir als eine gleichmäßige graue Wand erschien. Bis ich vor diesem Grau ein weiteres Mal einen Schämen ausmachte, der ein wenig dunkler war und sich bewegte. Und da ging auch schon die Tür auf, und obwohl ich so schnell ich konnte die Kamera darauf richtete, war es zu spät. Schon war sie zugefallen mit einem Donnerschlag, dass die Wände bebten. Ich hatte es oft genug schon gehört, aber noch nie von so nah. Und obwohl ich es hatte kommen sehen, schrak ich zusammen wie ein verängstigtes Kind. Aber dieser Eindruck einer alles zermalmenden Gewalt, der niemand Schranken setzte, musste man da nicht denken, es seien die Tore der Hölle geöffnet worden? Versteht ihr? Bei der Tür war nun nichts mehr zu sehen oder zu erahnen, doch von dem Korb her, in dem die Katze saß, kam ein Knarren. Bald würde ich wissen, ob dieses schemenhafte Wesen für uns Lebende gefährlich war oder nicht. Ein jämmerliches Miauen ertönte, das urplötzlich wieder verstummt war. Ich löste wieder zu spät das Blitzlicht aus und sah in dem grellen Schein, dass der Korb umgestürzt und der Deckel aus seinem Scharnier gerissen war. Die Katze lag halb im Korb, halb davor auf dem Boden, reglos. Mehr sah ich nicht, aber ich wusste nun, dass der unheimliche Gast nicht nur gewalttätig, sondern auch zur Vernichtung anderer Wesen entschlossen war. Dann blieb es still für die nächsten paar Minuten und um zu verstehen, wie ich mich fühlte, muss man sich klar machen, dass ich durch das Blitzlicht fürs Erste geblendet war. Schwarze Nacht um mich herum. Kaum noch konnte man das schwache Leuchten der Vakuumröhren erkennen. Grauenhaft. Ich kniete inmitten des Pentagramms, rutschte auf den Knien im Kreis herum, um nach allen Seiten Ausschau zu halten und starrte ins Dunkel, denn irgendwo musste dieses Ding doch sein. Langsam gewöhnten sich meine Augen wieder an die Dunkelheit. Das war beruhigend, doch was ich nun sah, war es um so weniger. Draußen, vor dem Wasserkreis, war das, was ich die ganze Zeit gesucht hatte. Groß, von unbestimmter Form hin- und herschwankend, als pendelte eine Riesenspinne an ihrem Faden. Bis auf wenige Zentimeter kam es an den Kreis heran, und nun begann es, ihn zu umrunden, wobei es immer neue Vorstöße in meine Richtung unternahm, doch nur um jedes Mal mit einem heftigen Ruck zurückzuschrecken, ganz so, als gerate ein Mensch an ein heißes Kamingitter. Runde um Runde drehte es um den Kreis, und ich auf Knien drehte mich mit. Schließlich verharrte es genau gegenüber einem Winkel des Pentagramms, als sammelte es Kraft für eine außergewöhnliche Anstrengung. Es wich zurück, bis es im Dämmerlicht verschwunden war und schoss dann unvermittelt auf mich zu, wobei die Konturen immer schärfer wurden. Es war, als verfestigte sich der Schemen, wurde körperlich. Ob ich mir das nur einbildete unter dem Eindruck dieser grenzenlosen Angriffslust, der bösartigen Entschlossenheit, der ich doch letzten Endes unterliegen musste, davon war ich inzwischen überzeugt. Ich fiel nach hinten auf meinen linken Arm und die Hüfte in dem Bemühen, dem heranstürmenden Ding auszuweichen. Mit der rechten Hand tastete ich verzweifelt nach dem Revolver, der mir entglitten war. Den Wasserkreis, den Ring aus Knoblauch, all das überwand das Ding mühelos mit einem einzigen Anlauf und kam erst in nächster Nähe zwischen zwei Zacken des Pentagramms zum Stehen. Ich vermute, dass ich laut aufgeschrien habe, aber der Stillstand wehrte nur kurz, denn eine andere Kraft schien nun das Ding bei all seinem wütenden Toben in ihrem Griff zu haben und schleuderte es mit gleicher Wucht wieder aus dem Kreis heraus. Es dauerte einige Augenblicke, bis mir klar wurde, dass ich gerettet war. Ich rappelte mich auf, nahm meinen Platz in der Mitte des Pentagramms wieder ein, doch war ich fast nicht mehr bei Sinnen, wusste nicht, wie viel mehr ich noch würde ertragen können. Voller Angst sah ich mich um, aber von dem Ding war nichts mehr zu sehen. Immerhin hatte ich dazugelernt. Ich wusste jetzt, dass das, was im grauen Zimmer spukte, eine Hand war, die Hand eines Ungeheuers. Und während ich mich umschaute, erkannte ich auch, warum das Ungeheuer die Barriere beinahe überwunden hätte. Als ich im Kreis herumrutschte, musste ich einen der Krüge mit Wasser angestoßen haben. Jener an der Stelle, wo es seinen Angriff versucht hatte, war verrückt, heraus aus dem Winkel des Pentagramms. Damit hatte sich in meiner Barriere eine Lücke aufgetan, die das Ding nutzte. Rasch rückte ich ihn zurecht und in diesem Augenblick durfte ich zurecht aufatmen, denn nun kannte ich den Grund für das Versagen des Schutzkreises und musste nicht länger an seiner Wirksamkeit zweifeln. Zweifel, an denen man verzweifeln könnte in einem Augenblick, da man dem unaufhaltsamen Ansturm eines solchen Ungeheuers ausgesetzt ist. Nun bestand doch einige Aussicht, dass ich den Sonnenaufgang erleben durfte. Die Hand blieb verschwunden vorerst. Nach langen Minuten, dann schien es mir, als wäre da kaum merklich, eine Bewegung drüben an der Tür, ein Hin- und Herwabern von Schatten bis in einem jähen Impuls, einem Ausbruch ganz und gar ungehemmter Wut die tote Katze in die Höhe sauste und mit einem dumpfen Schlag gegen den Boden gehämmert wurde. Immer wieder schlug sie auf, zum Übelwerden. Wenig später wurde die Tür geöffnet und zugeschlagen, zweimal mit aller Kraft, und im nächsten Augenblick kam das tückische Ding aus dem Schatten direkt auf mich zugeschossen. Ich duckte mich zur Seite und bemerkte erst bei dieser Gelegenheit, dass ich die ganze Zeit eine Hand über das elektrische Pentagramm gehalten, den Schutzkreis also geschwächt hatte. Wie konnte ich nur? Was für eine geradezu verrückte Nachlässigkeit. Aber nun prallte das Ding, wie es sich gehörte, erneut von der Barriere ab. Ich zitterte vor Angst, das kann ich euch sagen. Ich nahm meinen Platz in der Mitte des Pentagramms wieder ein, machte mich so klein wie eben möglich, und während ich da kauerte, fragte ich mich mit einem Mal, was es denn mit dieser Nachlässigkeit auf sich hatte. Zweimal hatte ich einen Fehler gemacht, der der Bestie einen Angriff ermöglichte. War das Zufall? War ich das Opfer einer Suggestion, eines unbewussten Einflusses, der mich verwundbar machen sollte? Das war keineswegs abwegig, und so nahm ich mir vor, mich zu beobachten und meine Bewegungen genauestens zu kontrollieren. Und schon hatte ich ein Bein ausgestreckt und damit einen der Krüge umgestoßen. Aber ich war vorbereitet, mein Vorsatz hatte mich wachsamer gemacht. Im Handumdrehen hatte ich ihn aufgefangen und nur wenig war verschüttet, als ich ihn wieder auf seinen Platz im Winkel stellte. Dieser kurze Augenblick hatte genügt. Schon war die Riesenhand bei einem erneuten Vorstoß bis an mich herangekommen, so nahe, dass sie mich fast berührt hätte. Und wieder wurde sie abgewehrt, als pralle sie gegen eine unsichtbare Mauer. Ein Augenblick entsetzlicher Angst. Natürlich aber, da war noch etwas anderes. Eine weniger körperliche, sondern mehr geistige oder seelische Übelkeit, als wäre ein kostbares, überaus verletzliches Gut durch die Annäherung der Bestie beschädigt oder vergiftet worden. So möchte ich es einmal beschreiben und eine solche Bedrohung ist weitaus schwerwiegender als ein Angriff auf die Physis und überdies zeigte es mir an, wie groß die Gefahr tatsächlich war. Eine ganze Weile rang ich um Fassung ob dieser Brutalität, mit der man sich offensichtlich meiner Seele bemächtigen wollte. Ich hockte wieder in der Mitte des Pentagrams und beobachtete mich selbst nun mit kaum geringerer Furcht, als ich das Ungeheuer beobachtete. Wenn ich mich nun nicht vor jeder fahrigen, unüberlegten Bewegung hütete, dann würde ich mich selbst zum Werkzeug meines Untergangs machen, und das ist wohl das Schlimmste, was man in einer solchen Situation vor Augen haben kann. Den Rest der Nacht verbrachte ich in einem unbeschreiblich seltsamen Zustand, in dem eine überwältigende, den Geist lähmende Furcht mich zugleich zu höchster Disziplin anspornte, jede Bewegung zu unterlassen. Qualvoll war diese auferzwungene Starre und überlebensnotwendig, denn zu offensichtlich war der Einfluss dieses Dings da draußen auf mich. Runde um Runde machte es um die Barriere, versuchte einen Vorstoß nach dem anderen. Zweimal noch wurde die tote Katze zum Spielball seiner Wut, bis ich zuletzt jeden einzelnen Knochen in dem kleinen Körper krachen und splittern hörte. Und unablässig kam aus der Ecke links vom Bett dieser böse kalte Luftstrom. Beim ersten Lichtschimmer des neuen Tages war es damit vorbei, in einem einzigen Augenblick und auch die Hand zeigte sich nicht mehr. Viel zu langsam kam das Morgengrauen, bis endlich fahles Licht den Raum füllte und das blaue Leuchten des elektrischen Pentagrams noch unwirklicher erschien. Ich wartete noch, bis es hell geworden war. Keine Sekunde eher wollte ich den magischen Kreis verlassen. Wusste ich denn, ob das Enden der Brise nicht nur eine teuflische List war, um mich herauszulocken. Im hellen Tageslicht sah ich noch einmal prüfend um und stürmte dann mit einem einzigen Satz zur Tür. Hastig mit linkischen Bewegungen schloss ich auf und verschloss gleich wieder von draußen, eilte dann in mein Zimmer, wo ich mich aufs Bett legte und zur Ruhe zu kommen versuchte. Bald erschien Peters mit dem Kaffee und nachdem ich ihn getrunken hatte, sagte ich ihm, dass ich nun erst einmal schlafen wolle, denn ich sei die ganze Nacht aufgewesen. Er nahm das Tablett und ging ohne ein Wort. Ich vergaß nicht, die Tür abzuschließen, bevor ich mich hinlegte und nach einiger Zeit schlief ich tatsächlich ein. Gegen Mittag erwachte ich und nach dem Lunch ging ich hinüber zum grauen Zimmer. Ich schaltete die Vakuumröhren aus, wofür ich mir am Morgen keine Zeit schaffte die tote Katze beiseite. Niemand sollte sehen, wie das arme Vieh zugerichtet worden war. Danach besah ich mir in aller Gründlichkeit jene Ecke, in der sich morgen für morgen das Bettzeug fand. Ich bohrte Löcher in die Holztäfelung, stocherte mit meiner Sonde. Da war nichts. Schließlich hatte ich die Idee, mit dem gebogenen Drahtende auch unter der Scheuerleiste zu suchen und hörte binnen kurzem ein Klirn. Ich war auf Metall gestoßen. Hin und her drehte ich die Sonde und hatte nach einigen Versuchen schließlich den Gegenstand an der Angel. Ein ziemlich kleines Ding und ich ging damit zum Fenster, um besser sehen zu können. Ein Ring war es, aus einem unbekannten grauen Metall und schlechthin ungewöhnlich war die Form. Ein regelmäßiges Fünfeck und das ist genau die Figur, die man erhält, wenn man von einem Pentagramm die fünf Zacken abschneidet. Eine Gravur oder Ziselierung konnte ich nicht entdecken. Wenn ich euch nun sage, was es mit dem Ring auf sich hat, dann werdet ihr meine Erregung angesichts dieses Fundes verstehen. Es konnte sich um nichts anderes handeln, als der mit dem grässlichen Spuk von Anfang an in Beziehung stand. Über Generationen hinweg war der Ring vom Vater an den ältersten Sohn weitergegeben worden und stets hatte dieser getreu einer alten Tradition versprechen müssen, den Ring niemals zu tragen. Dieser Ring, das soll noch erwähnt werden, war durch einen Kreuzfahrer in den Besitz der Familie gelangt und das unter sehr eigenartigen Umständen. Aber das ist eine Geschichte für sich und würde unseren Rahmen sprengen. Nun ergab es sich, dass ein Vorfahr Andersons, ein gewisser Sir Halbert, eines Abends beim Trinkgelage in seinem jugendlichen Leichtsinn wetterte, dass er in dieser Nacht und bis zum Anbruch des neuen Tages den Ring tragen werde. Und das tat er. Und am anderen Morgen fand man seine Frau und sein Kind erdrosselt in ihrem Himmelbett im Grauen Zimmer. Viele dachten nun, dass Sir Halbert in seiner Trunkenheit dies getan habe, und weil er hoffte, so vielleicht seine Unschuld beweisen zu können, schlief er die folgende Nacht ebenfalls in diesem Raum. Auch er wurde Erdrosselt. Seit damals hat nie wieder jemand im Grauen Zimmer eine Nacht verbracht, bis auf mich natürlich, und seit damals war der Ring verschollen, so dass man beinahe nicht mehr an seine Existenz glauben mochte. Ein überwältigendes Gefühl also, nun dieses Stück in der Hand zu halten. Und während ich den Ring zwischen den Fingern hin und her drehte, kam mir ein Gedanke. Konnte es nicht sein, dass mit diesem Ring erst die Pforte zu einer anderen Welt geöffnet wurde? Eine Tür, durch die das Ungeheuer hereinschlüpfte? Dass sich mit seiner Hilfe eine Lücke im Weltgewebe auftat, in unserer soliden, so schön geordneten Welt? Eine verrückte Idee, sicher, und vielleicht stammte sie nicht einmal von mir, sondern war eine Einflüsterung jener Mächte, die sich hier tummelten. Schließlich war der kalte Luftstrom von dort her gekommen, wo der Ring gelegen hatte, ein Gedanke, den man nicht einfach zur Seite schieben durfte. Dazu diese Form, die man als Pentagramm ohne Zacken bezeichnen konnte. Und es waren ja die Zacken, auf die es ankam. Wie heißt es im Siegsand Manuskript? Zacken, deren fünf an der Zahl heraufspringend gar starke Wehr gegen den großen Feind. Nicht missen lasset sie, so ihr nicht stärken wollet, die Macht derer Dämonen und selbigen den Weg bereiten. Die Form des Rings war also durchaus von Bedeutung. Ich beschloss das einmal genauer zu untersuchen. Das Pentagramm auf dem Fußboden räumte ich beiseite, denn es muss immer frisch sein und von innen her, also um den oder diejenigen herum, die es schützen soll angelegt werden. Dann verließ ich das Zimmer, schloss ab und ging aus, um einiges einzukaufen. Denn weder derlei Kräuter, das segenreich Wasser danebst Talglichten, durften ein zweites Mal verwendet werden. Gegen halb acht kehrte ich zurück und sobald die Sachen in das graue Zimmer geschafft worden waren, entließ ich Peters mit derselben Begründung wie am Abend zuvor. Sobald er die graue Zimmer schloss ab und versiegelte die Tür von innen. Wieder hatte ich meine Utensilien in der Mitte des Zimmers gestapelt und wieder baute ich darum herum den Schutz Kreis auf in größter Eile und diesmal beherbergte er außer mir noch den Ring. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dass nämlich genau das mein Plan war, den Ring bei mir zu haben im Schutz Kreis, denn darin eingeschlossen musste er, wenn er tatsächlich dem ungeheuer Zugang zu unserer Welt ermöglichte wirkungslos sein. Vielleicht würde es sich nicht mehr materialisieren können, sicher aber würde es geschwächt sein und kaum noch die Kraft haben, mich inmitten meiner Befestigung anzugreifen. Ich beeilte mich, wie gesagt, denn es war später, als mir lieb war. Aus freien Stücken hätte ich mich zu dieser Stunde niemals ohne Schutz im grauen Zimmer aufgehalten. Außerdem musste ich damit rechnen, dass heute Unerwartetes und Unerhörtes geschehen würde, falls das Ungeheuer versuchte, wieder in den Besitz des Rings zu kommen. Aber ihr werdet schon sehen. Nach einer Stunde hatte ich endlich die Barriere vollendet, und meine Erleichterung, als ich mich schlussendlich vom blauen Leuchten der Vakuumröhren umgeben sah, kann man sicher nachfühlen. Anschließend saß ich ungefähr zwei und beobachtete die Ecke, von der der kalte Wind stets ausgegangen war. Es war so gegen elf, als ich wage, das Gefühl verspürte, nicht länger allein in dem Zimmer zu sein. Doch nichts geschah, die ganze folgende Stunde lang. Dann plötzlich war er da. Dieser befremdliche Luftstrom, der zu meinem größten Erstaunen aber nicht von jener Ecke neben dem Bett kam, sondern von irgendwo hinter mir, hinter mir. Wie der Blitz fuhr ich herum und nun strich die Brise mir über Kinn und Gesicht. Sie kam von unten, von einer Stelle des Fußbodens ganz nahe bei mir. Ich war gelähmt vor Schreck. Was hatte ich nur getan? Da vor meinen Füßen, wo ich ihn hingelegt hatte, lag der Ring. Und während ich ihn ungläubig und wie benommen anstarrte, formten sich dort aus kaum wahrnehmbarem Dunst feine Schattengebilde, die sich zu bewegen begannen und schließlich zu einem Wirbel vereinigten. Kein Zweifel, das alles kam aus dem Ring. Dichter wurden die Schatten und dem Ring entströmte jetzt eine Art Rauch, der höher stieg und sich sogleich mit den tanzenden Schatten vereinigte. Und wenn ich es bis dahin nicht begriffen hatte, dann musste mir jetzt klar werden, dass ich mich in allergrößter Gefahr befand, denn die Schatten nahmen immer deutlicher Gestalt an und vor mir mitten im Schutzkreis tauchte die Hand auf. Versteht ihr, was ich angerichtet hatte? Im Pentagramm selbst hatte ich mit dem Ring der Bestie die Tür geöffnet und nun kam sie heraus, er kost sich in unsere Welt wie ein Wasserstrahl aus der Mündung eines Rohrs. Für einige Augenblicke hockte ich völlig reglos da, starr vor Angst. Dann wollte ich nach dem Ring greifen mit fahrigen ungelenkten Bewegungen. Ich musste ihn doch aus dem Kreis werfen, wenn ich mich schützen wollte, und der Ring wich mir aus, als würde er von unsichtbarer Hand hin und her bewegt. Schließlich bekam ich ihn zu fassen, doch im selben Augenblick wurde er mir mit unglaublicher Gewalt aus der Hand gerissen, ein Wunder, dass ich mich nicht verletzte. Ein großer, dichter Schatten legte sich über ihn und erhob sich in die Luft, um dann wie ein Raubvogel auf mich niederzustoßen. Es war die Hand, so groß und deutlich, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Ich schrie auf, wie ein Weg, über die brennenden Kerzen und alles andere. Ich rannte zur Tür, streckte schon die Hand aus zum Aufschließen und hatte nicht einmal den Schlüssel in der Hand, wusste in diesem Augenblick nicht einmal, wo das Schloss war, nicht wo mein Schlüssel war, ein Wahnsinniger wie gesagt, und ständig blickte ich zurück zum Kreis hinüber. Die Hand reckte sich nach mir, stieß immer nicht in das Pentagram gelangen können, so war sie nun dort drinnen wiederum auf der Seite des Rings gefangen, ohnmächtig, unfähig, die Barriere zu überwinden, nicht anders als jedes wilde Tier, das man an eine genügend feste Kette gelegt hat. Aber diese Einsicht kam mir erst nachträglich. Geahnt habe ich es damals schon, doch zum Nachdenken war ich gewiss nicht in der Lage. Ein Nervenbündel war ich, doch gelang es mir endlich die Tür zu öffnen, hinauszustürzen. Krachen schlug ich sie zu, schloss ab und schaffte es irgendwie in mein Zimmer. Ich weiß nicht wie, denn ich konnte mich kaum mehr auf den Beinen halten. Wieder schloss ich ab, brachte es noch fertig mit zitternder Hand die Kerze anzuzünden und legte mich aufs Bett. Irgendwann muss ich sogar eingeschlafen sein, denn Peters hatte, wie er sagte, eine ganze Weile klopfen müssen, als er mir den Kaffee brachte. Ich bat ihn mit mir nach dem grauen Zimmer zu sehen. Vorsichtig öffnete ich, spähte durch den Türspalt. Die Kerzen brannten noch, kaum merklich vor dem hellen Tageslicht. Die Vakuumröhren leuchteten blass, und dort, inmitten des Pentagramms lag der Ring. Diese Tür zu einer anderen Welt. So harmlos und alltäglich wie ein Ring nur sein kann. Nichts war angerührt, auch nicht das Bettzeug, und jetzt wusste ich, dass die Bestie das Pentagramm nicht hatte verlassen können. Ich schloss die Tür und wir gingen. Nachdem ich noch ein paar Stunden geschlafen hatte, ging ich die Droschke, die mich zurückbrachte, transportierte auch ein Schweißgerät und zwei Stahlflaschen mit Wasserstoff, respektive Sauerstoff. Ich trug die Sachen ins graue Zimmer, und dort, inmitten des elektrischen Pentagramms machte ich mich an die Arbeit. Nach fünf Minuten war der Glücksring der Andersons, der längst zum Fluch geworden war, nichts weiter als ein Klümpchen geschmolzenen Metalls. Kanaki langte in seine Tasche und zog ein kleines Knäuel Seidenpapier hervor. Er gab es mir. Ich wickelte das Papier auseinander und sah ein Stückchen graues Metall, das man auch für Blei hätte halten können. Doch war es härter und hatte mehr Glanz. Und so hast du dem Spuk den Garaus gemacht, sagte ich nach einem langen prüfenden Blick, während ich das Stück den anderen reichte. Er nickte. Ja, drei Nächte habe ich im grauen Zimmer geschlafen, bevor ich ging. Der Kute Peters wäre fast in Ohrenmacht gefallen, als ich ihn von meiner Absicht unterrichtete. Aber nach dem dritten Mal war auch er überzeugt, dass dieses nun ein ganz gewöhnliches und sicheres Haus war, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er das im Grunde seines Herzens zutiefst missbilligte. Kanaki stand auf und reichte uns reihum die Hand. Und jetzt raus mit euch, sagte er freundlich. Und so gingen wir und machten uns nachdenklich wie stets auf den Nachhause Weg.